Am Pfingstmontag fand Berlins größtes Spontanorchester der Symphonic Mob 2016 in der Mall of Berlin statt. Unter der Leitung des Deutschen Symphonieorchesters Berlin konnte jeder, der musikalisch war, mitmachen. Dirigiert wurde das musikalische Event von einem der gefragtesten Dirigenten unserer Zeit, Kent Nagano. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020